Wir sind offensichtlich Verteidigerteam. Die sind in 20 Sekunden. Point spawning in 20 Sekunds. Okay. Oh, sie sind in Ordnung. Oh, wir haben fast noch gekriegt. Oh, wir fahren schon mal ganz schnell. Wir haben zwei Leute am Arsch. Hm. Gut, der ist als Pankman. Arsch. Im Hang haben. Das ist halt der Engst, ja. Das ist halt der Engst. Das ist doof. Aber... Womit wir nicht fertig werden könnten als Team. Im Zusammenhalt. Motivationsrede. Und so. Ne? Ja, ja. Aha, alter Pino. Das waren 300 Schaden, die ich gehabt habe. Die möchte ich mir geben ab. Ich muss vorstellen, dass ich ein bisschen zurückkomme. Ja, Faro. Behind us! Behind us! Behind us! Behind us! Behind us! Behind us! Hey, ja, das fliebe halt aus. Ja, das fliebe halt aus. Ich bin mir weg. Ich bin mir weg. Und das fliebe halt aus, ja. Ich bin mir weg. Es tut mir weg. Ich bin mir weg. Erste... ich hab's von mir... NEIN! Wir sind tot! Jetzt wird aber auch gestorben, jawohl! Ich find der komische Kerl mit dem Revolver... Ich hab's ja nochmal... Ich hab's ja... Der wird ja kompliziert den Namen! Äh, der Dude ist... Das wird sich empfehlen... Und weil der, wenn die alle an Ding stehen, in den Mutiger reinhauen kann... ...dich locker man! Multigrill holen kann... Ihr versteht mich nicht... Oh Gott... Weg! Alle weg von der Payload, Leute! Die sind das Team... Ja, das hätte ich vielleicht gewonnen... Ja, okay... Klar... Ich glaube, was wir haben, ist gar nicht mal so schlecht, würd ich sagen... Es scheint... Irgendwie... ... Was ist das? Oh, ist irgend einer. Das ist definitiv 0 und wir haben gewonnen. Oh, boi, boi. War nicht schlecht. War ganz gut für das erste Spiel am Tag. Cassie ist aber auch einfach nice. Das war ganz gut für das erste Spiel am Tag. Also als Charakter und allgemein. Ähm, wir kehren uns direkt eine zweite Runde, weil... 6 Minuten ist ein bisschen kurz. Vielleicht spielen wir auch jetzt mal anderen als Cassie. Wenn ich nicht wieder Cassie installocke, weil Cassie einfach toll ist. Schönen wir mal Ying aus. Von der Eevee. Von der Inge. Die werden wir ins Gimbal bekommen. Was haben wir noch gemacht? Einmal sind... ...gestattet worden. Die Custom-Dinger. Aber die Pre-Builds sind wohl alle... Da. Die haben wir noch nicht. Äh... Die wollen wir nicht haben. Die wollen wir nicht haben. Die wollen wir nicht. Die haben keinen Tank. Die haben keinen Tank. Die haben ja... Ach, wir haben einen Tank. Arcan plus Fishing is eating tired Oh, hier zu viel Focken, die Fishing mit 200 Damage Mh, mh Ui, ui Machen wir das Preparate for battle Ah, jetzt angreifen oder verteidigen? Fertigung Fertigung aber eigentlich Also die Karte Mh Ich habe nie gespielt Ich habe zu tollen Ich kann euch mal machen sagen Okay Ah, alles klar Ah 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 Wat Woher? Ach dein Ah 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 Oh, Fuyu! Ey, warum schnitt ich da so hoch rum? Er ist komisch. Er ist verbuggt. Was würd ich damit sagen, dass er komisch ist? Der slidet da komisch rum. Naja, aber... Okay, jetzt sind wir so, jetzt sind wir noch... Yay, war ein Kill! Oua, oua, oua! Alter Schwede! Was ist die im Hintergrund? Warum, warum, warum? Wir sind voll schlecht. Ah, kommt ja. So viel Schaden machen wir jetzt ordentlich. Was ist das Ding und gesetzt? Äh, wo muss ich sagen? Ah, Alter! Ah! Entschuldigung. Boah, ein bisschen ausreichend weiterhalten. Kann ich noch zurückziehen? Ja. Kann ich noch zurückziehen? Ja. Ah! Ah! Wo ist so brennig? Wohja? Hm! Ah, okay. So, feiern. Sure. Hab ich auch noch nicht gecheckt. Was kann die denn? Ein guter checking. Ah, okay. Was kann ich jetzt auch? Also 5 Sekunden von dem... Ack. Bleibt? Ich kann nur hier stehen, dürfte reichen, oder? Ich kann nur noch testen. Und gewonnen. Was? Oh, komm schon! Die Ständchen-Overt hat mich bedroht. Wir haben Turret. Ich hoffe nur, dass die noch ein bisschen bleiben. Und contesten, dass er bloß nicht weiter kann. Wir haben hier zwei Minuten. Oh, das ist spannend! Scheiß, ist das spannend! Wir sind Revealed. Komm mal auf! Bleib weg! Bring it up with Big Gun! Bring it up with Big Gun! 3...2...1... Das war knapp Ok, somit muss ich noch fragen, wie die funktioniert Die hab ich nicht verstanden Ist das doch für mich so laut, oder? Hey Hey, 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 hey Dann stellen wir ein bisschen weiser Ah Ok, ich glaub, wenn ich sie verstehe, ist sie auch witziger Halt fünfmal gestorben Wir haben 14 Assistants, zwei Turo-Stöße, ok Geht, äh, hey Lord Ich hab' noch nicht so ganz verstanden, genau Was will man jetzt? Wir sind Attackers, also müssen wir irgendwas machen Hier, Immobil... Ach, wir probieren, ich mach' aus Rackis Ah, und, äh... Ah, wir haben schon zwei Tanks, ja dann... Wir haben schon zwei Tanks, ja dann... Pass auf, äh... Wir haben schon zwei Tanks, ja dann... Kinesa, customize' deine Tanks! Kinesa, kustomize' deine Tanks! On the move and quick kills, klingt ganz gut Und... Jetzt haben wir keine... Ähm... Das ist auch eine andere Karte Die BATTLE hat begonnen! Das ist nicht mein Wunder, ich will mein Wunder ganz her Kann man taunen Das ist ebenfalls aufsetteln Und hier ist auch aufsetteln Jaaa, kann ich nicht mehr... Ich glaub' ich hab' die Aufnahme und auf... Nein, die Aufnahme und auf noch... Alles klar Ping und FPS kann ich einsetzen Mit F9 ist das Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Scheiße, manchmal... Da wurde nicht gefunden Wo-oh... Ich hoffe mal, es ist eins da Was da sein sollte Augen. Aufsettel. Ohич! ALLY Ah-oha-oha-oha, Da kann mich ohne Basis lixnappen Der, lix, nix. Ok Ich merke nur das, muss ich mal aufhören. Ich muss die Tor-Snipern wieder. Warte? Woll! Komm, ähm... So? Da war der... Na, machin wir mal weg. Komm mal. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich bin Sniffer nicht gewohnt. Ich bin zu blöd für Sniffer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin zu blöd für Donnerstag. Z 새로 pessimista, trock mal ein Blut?". Das kann nicht wahr sein. Ich habe ihn wenigstens getroffen. Ich hoffe mal. Äh, ja. Saison! Machen wir fast weg. Auch ein Kill? Was? Mal was, schnell spielen. Gut, ähm... Das war hart. Haben wir gerade... ...die Fresse bekommen. Gut. Äh, ich merke mich an der Chef fürs Zusehen. Habt rein, bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen, tschüss!